Willkommen zum nächsten Part von Saints Row. Ja, diesmal habe ich mein Auto bestellt. Ha. Ha. AAAAAH! Mist. Ich komme nicht in mein Auto. Ah, geht ja. Nie mich hört das für ein Feind. Dafür, dass du jetzt einen Platten hast. Nein, habe ich nicht. Das ist... Jetzt habe ich einen. Jetzt aber. Ja. Komm da her. Ich brauche Neubau. Wer versteht, Jan? Hey, ich habe das Auto. Uah, ich bin in mein Auto gefahren und jetzt ist es weg. Das hat sich aufgeklöst. Ziver, äh... ...Fur in the G zu, wie man das gehört hat. Hoppala. Das geht immer noch nicht. Man kann sich kein Auto mehr bestellen. Fies. Doch. Stierb du. Nein. Mir geht es nicht. Kann nicht verschwinden so. 14.000 kostet der Raketenmörfer. Der ist ein bisschen zerter, ja. Wenn wir uns einen Flughafen um den Preis gekauft werden. Nein. Hm. Der ist eh nicht. Also. Wenn wir eine Munition kaufen, dann haben wir sie. Wie sieht jetzt mein Auto aus? Geht immer noch nicht fies. Aber ich kann einen Pierce aufrufen. Und das bringt dir? Der holt sich da... Der holt den Verstärkung. Ja. Spring rein, während ich zurückschiebe. Hauptsache meine Frontscheibe ist kaputt und... ...ja. ...ja. Oh mein Gott, der verdammt. Fies. Schass zusammen. Und jetzt. Schau, ich zeig dir was. Jetzt kannst du gleich aussteigen. Ich ruf den Pierce. Der sehe ich schon. Echt? So schnell? Na ja. Na ja. Sehr gut. Das ist der voll Furcht umsetzt. Ich ruf da mit den anderen auch da auf. Du bist der Trottel. Da kommt dir ja nicht mitte an dir. Das war mein Plan. Und jetzt? Ist das Auto jetzt hier oder was? Jetzt bin ich auch hin. Jetzt. Was machst du für einen Scheiß bitte? Gar keinen. Wenn mein Auto zu schnell fährt, kann ich ja nichts dafür. Ich ruf nur ein paar Verstärkungen an. Die man einmal alle halben Stunden anrufen kann. Bis jetzt. Und so. Jetzt bin ich gerade über ein Auto gefahren. Und bin wieder hängen geblieben. Ich nehme mal das coole Auto. Was nicht so cool ist. Ist ein Cabrio. Cabrio ist Cabrio. Da rennen Zombies herum gerade. Die stecken zu mitten auf der Straße und gar nichts. Du hast wahrscheinlich das schnellere Auto. Weil ich bin trotzdem als erster dort. Nein, ich glaube nicht. Das ist schneller als ich. Ich will nix auf. Ich habe ein Solar. Also höchst du wahrscheinlich ein Elektro-Auto. Aber du bist trotzdem gleich schnell. Ich hab nix auf können. So gehen. Nice Party. Ich sehe ich nix. Du bist 14. Fies. Woah. Shandy. We can't mourn Gat forever. Eventually you gotta get back on the horse. No offense brother. He's crying. Whatever. Damn girl. Life is for the living and shit. You know what I'm saying? What's up girl? What's up girl? What's up girl? What's up girl? What's up. Was sieht's. Ich guck was. Was ist das? Du siehst nur die Schriftrunde. Oder was. So. jetzt ist es zu Hause oder? Jetzt lädt's ja. Ja. Das stimmt. Stimmt. Oh. Deckang. Ich ghm. Ich ghm. Ich ghm. Hey das ist ja unser Haus wieder. Abfall. Ja. Ja, wir sind auf einer Party in unserem Hort und wurden dort... Fast. Genau. Ich bin so stark, ich kann die ganzen... Wer ist denn für uns, kann er? Ich kann die Gräser mit meiner Forst nicht schlagen. Ups, der kennt uns. Die sind alle unten, ein Soldat. Habe ich endlich neue Gräser. Wie waren die Grauerten, das macht man so aus, wenn es halt so geil ist, wenn die ein Geißeln nehmen. Oder gibt es das Schlecht in dem Spiel? Ups, ist bei uns aber... Ja, Schlag auf deine eigene Dinge. Ich rufe mal die Schande. Die geht nicht raus. Das ist ja Wahnsinn, was tut denn die ganze Zeit? Ich rede noch. BAM in your face, in your face. Du stirbst! Was hast du? Nein. Hä? Ah, das ist der andere? Das ist Shandy, den du gerufen hast, Junge. Nein, den hab ich nicht gerufen. Ich bin nicht Shandy, den Typen. Kann man den Stern lassen? Den kann man nicht mehr aufhören. Also ich muss nicht essen, eh umlassen wahrscheinlich. Ja. Ja, ok. Die Schrotzmied ist so langsam. Eigentlich nicht. Sterbts, nicht stirbst du. War ne Aufforderung. Und sich die Gegenseite. Ups, Snappers. Wie war Snapper wovon? Nein. Oh, oh. Was? Wasser werden hassen freigeschalten. Oh, oh, oh. Das legt Gott. Oh, ja. Eigentlich nicht. Doch, bei mir ist Steckerbren. Oh, ja. Die Spüßelobst schützt. Kurbspieler getrennt, success. Oh, ja, oh, ja. Ja, dann ist hier wohl ein kurzer Cut drin. auf also ich war kurz vor allem ganz da und wir sind wieder zurück und weil es nicht was los war ob es jetzt ganz einfach das heißt wir müssen den auftrag wieder annehmen begibt sich zur Party wir sind ja schon da ich bin wieder da lebt bei dir sie ist wie ein ich hab's vorher gesehen also ich dachte du hast es nicht gesehen doch doch ich glaube du bist weil du am Anfang gesagt hast Party und das hab ich noch nicht gesehen Ja deswegen war ich ja noch einmal im Waffnuster. Schleicht euch einfach, schleicht euch. Ich fühlte, dass der einfach nur so rumsteht. Drücke mal neben einer F. Ja was ist dann? Aua. Das bringt dir so viel, angeblich. Die walten sich viel aus, viel logisch. Wieso mache ich überall genau das gleiche? Da hätte man mehr Moose machen. Wie was sind eigentlich diese Hände? Nein. Die ist upstairs. Ich bin voll wie schräg und hab hier irgendwie... Wie macht man das? Einfach zu, ich geh und raus. E gedrückt halt. Nein, einfach zu, ich geh und raus drückt. Achso, oder F. F habe ich gesehen. Widerpro. Alles schon. Ingen und E. F. 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 F.... Bommmm! Was ist denn, was ist passierts! Strom ist aus... Hast du vorher anscheinend wirklich sehr gut aufgepasst? Dass es nicht passiert ist? Vorher ist genau das gleiche passiert. Okay, ich krieg gar nichts mehr mit. Gehört die zu uns? Hoppala, die werden erschossen. Die gehört aber nicht zu uns. Hä, seit woher habe ich die Sniperwaffen gekriegt? Ich habe es gerade aufgenommen. Sind die Sniperwaffen schon da? Ja, weil wir ganz rauf gehen sollen, wenn du ganz genau hinschust. Jetzt sind sie da. Sie wollen schon vorher da, ich habe da den Schuss. Ich bin gleich tot. Ja. Ich werde schon 3 gesnaped. Bist du tot? Bist du tot? Wie geht es da rauf? Gibt es nur mehr Treppen? Bist du tot war die Frage. Nein, du bist tot. Nein, ich nicht. Na Gott, na dann ist sie falsch. Und dann musst du über dem. Wie bist du da rauf gekommen? Ja, warte kurz. Wieso rätst du dich nicht, wenn du gerade dort warst? Nein, ich weiß wo der war. Drinnen? Da ist er. Na. Da ist ein Stern. Dann, Menos. Es ist schon weg. Ich habe ihn gerade gerät. Jetzt sind die Sniperwaffen schon weg. Ja, aber jetzt müssen wir ein Stück runter. Ich denke, ich habe den Strom wieder eingeschaut. Ich habe den Strom wieder eingeschaut. Ich habe den Strom wieder eingeschaut. Und jetzt können wir das wieder schalten. Ich habe den Strom wieder eingeschaut. Wie läuft das? Scheiß Fernseher, nie mehr gemacht. Das war wirklich ein Böser. Kommt jetzt ein Helikopter? Wo ist die Luft? Es kommt ein Helikopter. Es war halt wo 30 Meter steht, warum kannst du nicht einfach auf den Interface schauen? Ja, aber das ist anscheinend nicht ganz oben. Ohja! Bist du in der Luft, ein Pferd? Hey, ich hab ja einen Rocket Launcher gehabt. Ja, wie ich ihn genommen hab. So wie bei der Sniper. Bis ich einfach wo der Helikopter ist. Ich treffe ihn. Nur einer? Ja, noch einer. Riff zu viel. Ja, ich kann es nicht sehen. Jetzt bin ich wieder runtergefahren. Nein. Jetzt ist es so aus. Weil du runtergeflogen. Nein. Ich bin nicht ganz runtergefahren. Scheiße, vergessen Sie. Ein Aufnahmedienst verstanden. Ist ja lustig. Meine Damen. Es war ein Pferd-Shit-Plan. Es war ein Pferd-Shit-Plan. Es war ein Pferd-Shit-Plan. Sag mir etwas, Matt. Hast du einen Plan gehabt? Wie geht es dir, Eddie? Es ist eine Grund, dass Philippe uns mit uns gedacht hat. Wir sind hier fertig. Ich bin hier. Ich bin ein Pferd-Shit-Plan. Ich bin ein Pferd-Shit-Plan. Ich bin ein Pferd-Shit-Plan. Biola. Du bist der Sonne ist aufgericht. Aber es ist nicht zu lang. Es ist noch Zeit. wenn du die Apollos'-Shit-Plan und das F**ker zurück in den Schatten. Du fühlst mich? Ja, dann töte ich ihn. Ja, dann töte ich ihn. Entschuldigung. Hey, ich komme dir ein VIP-Fester-Murder-Brawl. Das wird dich schärfen. Ich habe den Kampf abgeschraubt. Ja. Oh. Okay. Der Part ist... Nein, der Tier der Part, ja. Dann wieder vorbei, genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.